willkommen zurück liebe leute zu let's play jossi's valley world wir hatten der letzten paar die welt 2.1 und welt 2.2 gemeistert und heute geht es weiter mit welt 2.3 und das sieht höchst spektakulär aus aber schauen wir mal wie sich das entwickelt so wie immer spielen wir ohne trick an stacker das ist jetzt inzwischen bei uns schon gang und gäbe das brauche es ist muss kurz ein mikrofon stellen deswegen ist man brauche ist schon gar nicht mehr zu erwähnen dass dem so ist das wesen was man so also schön dass sich einige leute jetzt auch das heißt weil ich das bei anzuhören ich war es am anfang ja bisschen skeptisch heiße geweckt weil ich mir dachte das war die welt ist doch kein kinder interessiert das überhaupt welche eben war aber schon so und glück war das gar nicht da kommt auch hier runter glück waren das gar nicht mal so wenig leute ja geil jetzt habe ich den typ hier ich hab hier das jetzt genau der ver der tut dann hier jetzt das hier alles kaputt machen was denn hier in die quere kommt nach dem motto rambo haben wir haben wir haben wo da war das ist weg sie sagte haben jetzt sind wir das ab schon sieben anbals nicht weiter das ist lustig das finde ist lustig was macht Spaß immer aufpassen muss dass das nicht vom Ball überrollen lässt aber ich denke mal die sollte ganz easy drin sein jetzt legt der Ball da drauf, das ist schön weil der aktiviert einen Knopf dass die Mähne weiterkommen und wir haben die ersten mit der Flexion erreicht das ist great, das ist schön das haben wir auch noch mal 3 Level wäre doch mal ganz vorteilhaft wenn wir jetzt in diesem Part hier tatsächlich 3 Level zu hoffen macht es heiße zu hoffen so kleine Infos ursprünglich dann für heute noch ich mache mal, dass es gar nicht funktioniert ganz im Gegenteil dieser Vater hat es aber gebüßt, sehr schön ja auf jeden Fall tausend heute Fire Emblem Heroes was heute noch kommen sollte aus und zwar gegen ähm Dings Wurden wir jetzt den nächsten oh ja so, wir tausend aus und zwar gegen ähm, Rassend Evil 7 da kommt heute noch mal ein Part morgen wird dann stattdessen, ähm, das Komme Ball morgen wird dann, also, warte, ich kann jetzt vielleicht konzipieren, wenn ich jetzt spiele also heute kommt jetzt, wie gesagt, eben nicht mal Fire Emblem Heroes sondern Resident Evil 7 dafür könnt morgens da Resident Evil 7 wenn ja eben Fire Emblem Heroes und jetzt, wisst ihr, bis heute wie das so läuft die, nur mal so eine Infos umsonst, die kommt halt morgen ganz normal, dass es bei die Welt und Super Mario Maker ne, das ist ja nix Neues wobei, was alles nur eins von den beiden kommt weil ich mal weiß ja nicht, drei Displays an einem Tag ok, die irgendwie glaube ich nicht weiter bringen ich möchte ich meine, wozu auch zwei Reisen verkommen am Wochenende mag es drei jetzt habe ich mir das überlegt ah, ich glaube, man muss jetzt erst mal Dinger hier das Fuß dampfen das würde ich nicht machen Numero 1 Numero 2 ach, da geht andere hoch was geil ich mache es einfach alle auf Halbmast das ist wohl die beste Idee jetzt speziell hierfür seid ihr auch meiner Meinung ich weiß nicht ich hoffe mal ich denke mal schon so ah ja, wir haben uns in unserem ersten Bund Aua ob der hier hinkommt so hallo das heißt, man ich will uns galten in den Kommentaren in die richtige Richtung zu schießen jetzt müssen wir kurz wieder eine neue Wolle holen hier ja, ein Teil ist ja noch hier geblieben sehr schön dann und los geht's los wie immer Rambo dann lassen wir hier ein neues Leben das freut mich auch sehr ähm ah ja jetzt ist man hoch das heißt wir müssen erst mal uns dann das passende Ding hier auch hochbefördern geil höher geht's gar nicht oder wie was machen wir mit dem Ball aber jetzt gerade das selbst jetzt vermasselt oder was hä ich fühlste es ein paar weiter sehr schön so kann man jetzt irgendwie noch Bälle antreiben ne jetzt habe ich ein bisschen wieder eine ein bisschen voller Karne vertan und ich komme jetzt einfach auch nicht drüber jetzt nützt man sich grad gar nix ganz geil nein ach scheiße das geht das ist gut zu wissen hm so jetzt natürlich mal was weiter geht mal bis hier und bis weiter hier geht es auch nicht weiter hier muss man irgendwie anders weiter kommen wo sie mal die anderen Flöcke herbekommen vielleicht ist hier irgendwo noch einer scheiße wichser aber was würde ich jetzt machen Aua was war das so ja immer so ein Popo den sie macht das natürlich gar nicht gut für einen so ich kann mal den hier erstmal befriedigen wenn wir befriedigen probiert ihr was ich meine das heißt jetzt sei es nicht dabei auf den Ball gehen müssen wie geht denn das jetzt hier weiter das ist feige fertig ihr seht das aber das ist der einzige Weg den ich irgendwie sehe der hinhaut das ist sowieso was wir schaffen heute mehr Level hahaha ja das haben wir dann nicht alle gedacht so ich treffe alles mögliche einfach dass ich nicht den Zeittyp der da rum hängt kann nicht sein warte wir sind eigentlich am Leben jetzt ich habe jetzt keine Rolle das hilft die Unmengen die Langeren sehr schön scheiße komm her und komm her komm her und komm her und 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 das heißt das heißt das heißt das heißt wir müssen das erste rüber bekommen gerade wäre das wäre auch mit dem anderen so gewesen das heißt das heißt das heißt wo sollen wir jetzt bitte von dem anderen her das heißt giftig das heißt das heißt das heißt ich kann nicht probieren möchte ich mich jetzt befreien ähm ähm krass da du da das heißt das heißt verpisch dich jossi sie müssen ganz heiße Waffen vorne machen jetzt entlassen jetzt entlassen das okay wenn man da wir machen weiter lustig diesen dann wir haben nichts zu tun mehr so da gibt es ja da gibt es ein extra lebensweis mit deinem behinderten typ der hat einfach viel schneller sein müssen hier sonst sieht man die arskarte wie ist jetzt gerade und dann muss ich überlegen wie ich das jetzt hier eigentlich mache weil ich glaube jetzt sieht man ja das ist was uns heißen ja weil das ding kann hier aus eigener in kompetenz einfach mal nicht raus ah nein wichser jetzt geh hoch was macht denn dieses arsloch ich hab ne andere idee wenn das jetzt etwa draußen ist das wie hallo 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 ich kann dir grad nicht mal weg komm hier raus so ficken weil es jetzt hier das heiße ist und wieder ja was soll ich jetzt machen hm ich muss jetzt im leben rufen damit er hier rauskommt da nicht wieder alles heiße das nicht funktioniert ne das ist ja hier das ist ja hier alles immer so hollo so hole hier kann man denn das nicht mehr alles klar wie machen wir es denn jetzt kann das ja bitte jemand sagen Ich kapier's nicht Ach, scheiße, fickt es Zeit Hund Ich hab jetzt etwa eine Idee, wie ich das anstelle Und wie das gehen müsste Und dann sollte es auch gehen Dann können wir jetzt mal gleich alles gerade Jetzt werden wir uns hier nächstes Leben Das kommt schon noch früh genug So, aber ich weiß wenigstens Wie man den Teil hier macht Dann sollte es jetzt hier auch Erst bald haben Sie darf mir das gar nicht runterlassen Zeiße Das ist mein Fehler Was macht er, wie kann er das denn Bleib Mann, Wichser, bleib doch oben Zeiße, zeiße, zeiße Der Moment ist doch ein unmögliches Ding rausholen Wenn man vom endlichen Reflex Geht nis, geht nis, geht nis So, wir machen es nochmal Mal versuchen, Maru 2 Eventuell klappt es ja jetzt Ich würde es hoffen Das ist ein schönes Aber wir haben das halt, ne Also denn Ist ja nicht schlimm Wenn der nächste ist Denn wir haben es halt So, Wechsel Auf geht's, geht's los Nichts runterfallen Ach, scheiße Mann Bleib mir bloß oben Ach, scheiße Mann Mann, wie, wie Schau mal Eine Idee Jetzt gehst du rück Meine Fresse So, jetzt hat Das ist aber auch nicht easy Zu kapieren Bring drauf Jussi Nochmal draus Bring So, jetzt hat er Dober Ja, jetzt Was ist jetzt? Wie soll er denn mir jetzt weiter folgen? Wie soll er denn allein rein physikalisch gehen? Wie soll er sich denn jetzt auch befördern? Wie soll ich denn da hochbefördern? Wie? Wie? Wie soll das gehen? Das kann ich jetzt nicht. Das geht doch gar nicht. Ich weiß, wie ich dahin muss. Ich weiß aber nicht, wie ich dahin bekomme. Ich meine, hier kann er definitiv nicht hoch, oder kann er das? Ich kann nur gehen, kann man es ja mal. Ich kann das sogar. Oh. Dann macht das Ganze Sinn. Dann haben wir viel, 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 viel zu viel irgendwie Arbeit gemacht. Das hätte auch einfacher gehen können. So, jetzt ziehen wir nach dem zweiten hin. Das war, glaube ich, nicht so schwer. Wenn ich's tun, ein... Ich möchte jetzt nicht aussupieren. Jetzt müsste ich das Ding halt berühren. Ja, das wird jetzt heiße. Warte, nein! 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 Ich muss die ganze Zeit nochmal von vorne machen. Alter, ein bisschen heiße ist das doch irgendwie schon. Ein bisschen heiße ist das Level hier schon. Hör mal nochmal den ganzen Scheiß hier so noch. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ach, scheiße! Ist ja schon wieder hier gefangen, dieser Fick-Wichser. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie ich den hier rausholen soll. Wie hab ich den jetzt gerade bitte schön rausgeholt? Wie? Gut, ich hab schon eine Idee, aber wenn ich jetzt weiße... Wie soll ich den hier denn sonst rauskommen? Ich finde dieses Level wirklich unmöglich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn? Was ist denn, Jesse? Ich sitze jetzt erst noch drei Jahre dran, dem einen Level. Heute, das war dasselbe zu, Barometer. Ich bin unfähig, einen Sprung zu machen. Was ist das? Wo sind die denn hier, bitte? Bei den Turken. Halleluja. Und das, echt Respekt an euch, die ich das anschaue. Danke dafür, ey. Es ist, ich will immer sagen. So, ich möchte, es kann nicht sein, dass jetzt wirklich eine halbe Stunde am 1-Heiß-Level-Sitz, weil ich das nicht kann. Bier, spring doch. Oh, das ist doch, das ist schon ein kleines, das heißt. Dixer. Mann, wie geht denn dieser Seils? Wie? 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 Mann, wie geht denn dieser Seils? 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 jetzt habe ich auch ins eingebein geschlossen kann ich auch nicht drüber und nix heißes heißes heiße was kann ich jetzt hier an dieser stelle machen gar nichts gar nichts da ja sich unfällig ist hier drüber zu fliegen das heiße verkackt du siehst du aus das hat gleich noch so aus Raster wie liegt da noch drunter jetzt hat es aber den ersten gleiche mal ist weiter das ist auch nicht lustig ich sag's alles ich bin gerade mit so einem Volknoll bewaffnet hallo der letzte ist gerade feindlich wie sie es mir jetzt halt endlich halleluja der andere das wird auch kein lustiger spaß jetzt hier das wird nochmal das berühren damit der einen hier folgt nein nein was ist das meine verfickte heiße nochmal den ganzen Zeitdreck von vorne das ist nicht schön das ist heiße das ist wirklich heiße gemacht der Außersehen so ein Zeitsprung macht ich sie gleich alles aus was man eine Viertelstunde gemacht hat meine Herren das picht mich jetzt schon derbe an wirklich das ist einfach nur derbe das und nix mehr ich hab keine Lust die hessische ich hab keine Lust ich hab keine Lust was für eine halbe stunde die kack hier machen ist nicht mehr so schön heiße es bringt doch ja sie bist du zu und merkst du spring oder was das regt mich gerade erst auf ihr merkt es ihr merkt es ist regt mich auf es legt mich auf kratta ist es gerade denkst du wirklich also wieso machst du diese masse dieses heiße hier kann es erst besseres machen aber nein ist jetzt nicht hier und hier heißt kindergartenspiel los dass sie weiter 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 ja ja das müssen wir uns wochen wieder auf becken das sind die hinlocken und es gibt uns abschließen es ist ein das hast du und jetzt ist es der uhr seite verkacken werden habe ich hier auswärts nein fliegt fliegt jetzt aus versehen also dieses heiße dinger hier fliegen werden sag es voraus der grenze horror ist das es fliegt mir bloß ja sie macht scheiße scheiße ich weiß dass das geld weg verficktes level mann was fliegt nein mal rein ohr als loch heute habe ich echt ausraste ich weiß nicht besser das bach ist bis sonst nie war mir so heute rastisch das hat man mal vollkommen gerade aus das heißt lernen an platz und ja das hat ich jetzt eine halbe stunde lang und gleich machen halbe stunde lang dies heißt level es heißt partner ich weiß definitiv unterhaltung pur nein nicht aber trotzdem ihr müsst damit auskommen jetzt und jetzt weiter wenn ihr es verrecken macht dann vorne und dann weiß es halt dass ich noch den ganzen anderen zeichen machen muss den sie mühvoller forstung gemacht hat 50 der andere werchen da war ich kann es dir noch mal machen das ist nicht so nicht schön ist das ok du dir das ist egal jetzt schon anderen jetzt zu dem anderen wo bist du es wohl ist ich finde ich weiß wo du bist ich weiß wo du wohnst ich hoffe das leben dann vorbei wenn es dann noch weiter geht doch gott ich kann es nicht ausbauen was dann zu anfangen bekommen würde und jetzt immer so schnell sein so jetzt geht es wenigstens einigermaßen so jetzt verfolgt der mensch hoffen ist das kann ich denn hier das war jetzt ein krampf und krampf war das der namen hat es aber geschafft wenn wir dafür weshalb auch immer übertrieben lange gebraucht haben ich war noch freilich noch nicht ans ende es wird immer krasser das ersehnte endet lalalala was haben wir da was haben wir da gerade so rumgetragen ach endlich also der part da war ein bisschen ich gebst du ein bisschen scheiße so wir haben nicht das geleistet was wir hätten leisten sollen wollen können müssen sorry für das ich denke mal mit dem nächsten level kann ich uns alles besser anfreunden dem es pressen kommt im nächsten part werden dann davon wenn sie es hinbekommen hoffentlich drei level kommen um das wieder aufzuholen mit dann halt eventuell mal ein bisschen längerer part aber ich möchte den ich nicht noch länger in die länge ziehen so ich bedanke mich fürs hause alle leute von dem video mit dem level hier wird es dann das nächste mal weitergehen das sieht schon königlicher und besser aus als 2 4 kommt das nächste mal macht's gut bis nächstes mal und hau